hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge rocket league wir spielen wieder ranked gucken mal ob wir heute mehr erfolg haben als gestern da haben wir nämlich von drei spielen glaube ich nur zwei nur eins gewonnen gucken wir mal heute ich habe schon ausgesucht sitze ja hier vor meinem fernseher und guckt zu muss ich mich bewegen ja wenn du so im tor stehst dann sieht das aus wie im fernseher ich guck gerade tv ich guck gerade das neueste rocket league spiel guck mal da hast du wieder was zu tun toll ja meine auch ganz ganz in einem komischen bogen geflogen boah das gibt es doch nicht das kann doch nicht wahr sein da so nein der wäre eigentlich drinnen gewesen ja ich weiß der kommt gut ich war übrigens auch vorne während du hoch nach vorne gefahren bisher weil der ball bei mir war man dabei war ja nicht war wohl weiter ich nehme nur noch auf ich habe mich verarschen wenn du bist holen gehst dann sagt es zumindest dass du nicht in der mitte steht du warst hinter mir ich sag zumindest dass ich muss holen gehe hast du auch schon lange nicht mehr gesagt ja weil ich auch nicht gemacht habe weil ich mich direkt ins tor gestellt habe wenn die sich uneinig sind können wir uns jetzt wieder anfangen zu konzentrieren und ich sage jetzt kommt das ist ein bisschen ball ja aber ich weiß nicht das war natürlich auch nicht das war ja Boah, das gibt's doch nicht! Ich bin hinten grad halt. Ich hol mir keinen Wust. War ruhig. Hab ich. Hab ich nicht. Du siehst mich unterm Ball und sagst noch hab ich. Ja, hättest doch mitbleiben können. Auf jeden Fall einer spielt hier. Scheinbar. Ja. Ich bin hinten und hole keinen Boost übrigens. Was ist das denn jetzt? Ey mein Gott, was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Wow. Woah. Ich bin so blöd. Warum drehe ich mich denn zur Seite weg? Jawoll, komm, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen drauf powern. Nichts mehr mit hinten bleiben, alle nach vorne. Ja, lass ihn. Nein! Dann ist der da, oh Mann. Der war die ganze Zeit da. Ja, ich weiß. Aber ich dachte, na, scheiße. Ich dachte, ich könnte... Ja, ich habe halt versucht, ihn an ihm vorbeizulegen. Hat nicht geklappt. Ah. Naja. Oh, Dachaufsatz, Schuriken erhalten. Ausstieg, Bronze 3. Und der Lars ist Silber? Wollt ihr mich verarschen? Warum? Also ich muss erst jetzt in Bronze aufsteigen. Du bist höher als ich mit deiner Liga. Warum auch immer. Du bist so dumm, du bist Silber. Du bist Silber, du Trottel. Ja, bei mir kommt aber nächster Aufstieg in Bronze. Tralala. Nach Silber. Steht bei mir die ganze Zeit. Willst du mich verarschen? Bin schon. Ja, ich habe auch ein paar mehr Spiele schon in der Liga gespielt. Ja, aber trotzdem. Du bist Silber. Du kannst nicht Bronze werden. Du musst Gold werden als nächstes. Das steht bei mir aber da die ganze Zeit. Warum auch immer. Ich habe mich auch gewundert, aber steht da. Nein, da steht, dass du deine Bronze Belohnung dann kriegst. Ach so. Das ist möglich. Lesen. Okay. Lesen bildet. Was ist denn da für ein Scheiß? Alter, ficken wir mich weg. Ich habe keinen Boost. Oh, oh. Ups. Sehr schön. Ich habe hinten. Okay. Oder auch nicht. Und Mitte. Ach, schade. Oh. Nee, kommt doch nicht so gut. Ja, das ist mein Name. Und ich wurde zerstört. Ich bin in die Ecke. Nein. Nee, das ist gut. Ich bin hinten. Oh, sehr schön. Ja, sehr geil. Julio. Julio, was? Oh, scheiße. Ich habe gemerkt, dass ich fahren muss. Ich habe gerade einen Schluck getrunken. Ach, du scheiße. Du bist so ein Idiot. Du bist so ein Vollpfosten, Alter. Mann. Ich habe eigentlich schon darauf gewartet, dass einer gekommen ist. Das kam ja keiner. Ja, ich war da. Er war doch da. Ja. Ich war sofort eine Sekunde vor dir schon. Und dann kommst du da um die Ecke geballert. Ich war da. Alter, ich nehme das das nächste Mal auf. Ich sage es dir. Dann schicke ich dir jeden Scheiß darüber. Habst du aufgenommen? Ich habe sogar genau drauf. Ich war genau drauf. Ja, genau. Ich habe dich dann auch gesehen. Zu spät. Alter, ich war nicht mal eine Sekunde nach dir da. Oh, oh, oh. Boah. Fuck. War ich jetzt auch nicht da, Lars? Äh, doch. Puh. Hahaha, Mann. Ich habe ja nicht gesagt, dass du nicht da warst. Ich habe dich zu spät gesehen. Nein. Ach, Mist. Liegen lassen. Ja, danke. Ich hoffe, mit dem Arsch reinmachen. Guck mal, wie ich da angeflogen komme. Ich kann doch nichts dafür. Ich war machlos. Ich weiß. Wusch. Du hast es eigentlich sogar, würde ich fast sagen, sogar noch zurück. Ja, sah ein bisschen so aus gerade, ne? Ja, ne? Aber, ich glaube nicht. Ich glaube, das sah nur in der Tor-Cam so aus. Oh, der wäre so schön gewesen, glaube ich. Wäre vielleicht gerade so am Pfosten gegangen. Durch den Pfosten vielleicht rein. Was mache ich denn da? Wer bleibt denn jetzt von uns hinten? Ihr stellt eine Frage, will aber die Antwort gar nicht hören und fährt nach vorne. Nee, ich habe die Antwort nicht gehört. Also habe ich gedacht, komm mal. Nee, ich habe auch keine gegeben. Ja, weiß ich. Ja, so. Sehr schön. Ein Spiel, was mal läuft. Juhu. Sieg durch Aufgabe. Auch nicht schlecht. Aufgabe oder? Sieg durch Aufgabe. Ja. Ja, ja. Schön, da steht es. Bronze Saisonbelohnung. Sechs Siege von zehn. Ja. Ranglos. Sieben von zehn Spielen gespielt. Ja. Ich brauche schon Silber drei, aber da bin ich jetzt den letzten Themen runtergegangen, weil wir die ganze Zeit verloren haben. Jetzt hängt bei mir das Spiel. Warum? Ah, jetzt geht es wieder. Oh, Verbindungsprobleme hatte ich. Oh. Dann bist du auch noch nicht drin. Preserviert. Party-Blicks. Nee, ich bin auch nicht drin. Ah, wann darfst du jetzt denn auch? Ich werde auch... Ja, ich werde nicht raus-teleportiert. Du willst auch rein-teleportiert werden in die Arena, aber nicht raus. Ja, aber ich werde nicht aus dem alten Spiel raus-teleportiert, du Flöte. Nicht geniegen Spieler. Alles gut. Ja, ich bin im Hauptmenü. Ja, geh mal rein. Ist ja noch... Okay. Ich bin im Halbmenü. Neue Arenen sollen im April kommen, ne? Echt? Oh, jetzt habe ich eine CPU-Auslastung von 3,8%. Oh, 4,7. Besorgniserregend. Weißt du, was ich bemerkenswert finde? Lars steht ganz hinten und fährt nach vorne. Natürlich, du standest ganz hinten. Nein. Okay. Ich habe jetzt keinen vor mir. Oh nein, ich habe ihn falsch getroffen. Du guckst... Du siehst nie irgendjemanden vor dir. Das stimmt. Komischerweise. Ne. Musst du ruhig nach einer Kameraeinstellung ändern. Du musst einfach mit der Maus mal gucken, wo du hinfährst. Ja. Ja, noch gar nicht mit der Maus gucken. Bei der Kamera. Ups. Nein, du kannst dich nicht umgucken mit der Maus. Natürlich, du musst dafür eine Taste drücken. Ich weiß die Taste nicht. Ja, du kannst nach hinten gucken. Denn das... Das ist bei mir... Nein, du kannst dich auch umgucken. Nein, kannst du nicht. Also ich kann das nicht. Ach. Du musst dafür, wie gesagt, vorher nur an eine Taste drücken. Ja, auf der Tastatur. Super. Ja. Irgendeine. Keine Ahnung, wer es das für eine sein soll. Ja, ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Scheiße. Nichts passiert. Oh nein, daneben. Boah. Junge, junge, junge. Sie sind aber ganz schön aggressiv. Boah, eine Nase juckt die ganze Zeit. Oh. Warte. Musst du mal den Namen von demjenigen sagen, der den Ball gerade berührt? Ja. Hat nur sehr schön gesagt, Alter. Ja, ich habe nur meinen Namen gehört. Nichts anderes. Ich habe es sehr schön gesagt. Nein, du hast gesagt, Karte. Ja, das kam wieder nicht an. Der geht aufs Tor. Der geht aufs Tor. Nein. Da ist einer. Nein. Ach, Manu. Ich bin zu steil. Ich bin zu steil. Oh. Jawohl, sehr schön. Schöne Vorlage. Danke. Das stimmt. Mit der Unterseite, Junge. Mit der Unterseite. Ja. Mensch, Lars, du machst aber Punkte, ey. Kann man ja gar nicht so von dir. Er trainiert die letzte Zeit. Nein, der geht drauf. Nein, geht er nicht. Ah, scheiße. Kola springt daneben. Nee, der war zu schnell. Da kann man... Oh, sorry. Oh, nein. Ich bin ganz kurz wie ein Japaner gefühlt. Hör dich schon. Ich habe dich gerade gehört. Lass ihn. Diesmal hast du mich gehört, aber vorhin hast du mich nicht mal gesehen. Ich habe so ein leises Auto, das ist voll doof. Ah. Ja, meins ist total geil, weil das macht einfach... Ja. Es warnt dich schon vor. Oder hier drauf. Naja. Was, ich will auch mal unbedingt ein Tor schießen. Ja, wuhu. Ich gammel die ganze Zeit nur da hinten rum. Ja, ist auch gut so. Wir werden auch wenigstens. Ja, aber auch nur, weil ich hinten alles raushalte. Ja, das ist super. Was heißt FML? Keine Ahnung. Fuck, fuck mich. Keine Ahnung. Keine Ahnung, fuck mich. FML, fuck mich. Okay, wo kommt denn da? Fick mich leicht. Oder langsam. Oder langsam. Oh, langsam. Oh, langsam. Lars mag langsam. Das heißt, nicht soft oder hart. Ich hab nur langsam. Ja. Ich hab auch nur gesagt... Langsam, Lars. Dann sind die Stöße so oder so. Nicht hart. Oh. Stimmt. Weil langsam können sie nicht hart kommen. Ja. Ja. Katha will nicht mehr hinten bleiben. Weil's bei der gegnerischen Mannschaft keinen Sinn macht, dass einer hinten bleibt. Vorlage. Hä, 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 hä. Ich meinte auch... Vielleicht hat er auch ein paar Buchstaben vergessen. Achso. Vielleicht ist das auch sowas wie... Wie das sieht durch Aufgabe. Alles klar, meine lieben Freunde. Wir haben zweimal in dieser Folge durch Aufgabe gewonnen. Folge ist aber jetzt zu Ende. Noch zwei Spiele, dann bekomme ich meinen Rang. Und das seht ihr dann in der nächsten Folge. Also, bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.